weiter geht's er heute war so scheiße du musst so ich muss in die Richtung aber dass meine Sachen ich hab's geschafft ich hab's geschafft da 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 sie ich kann gerade nicht was steht ihr denn hier so rum weiterspielen ich schau mich nicht ich fahr hier doch eh immer nur runter warte 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 du bist unser Wegpunkt achso ich bin der Wegpunkt toll hättest du mir nicht sagen können dass du mich teleportierst dann wär ich nicht in dem Moment gesprungen echt mal ich hab's geschafft hier ist ne Kiste toll und ich bin wieder daneben gesprungen Rüstung, Bogen Schatz ich hab's geschafft na ich bin tot hahaha kamen die Sekunden im Camp tot ich hab'n Bogen mit Stärke 1 tut der weh ja hm alter das war nur ein Pfeil mein Gott hahaha kann ich nicht ahne was du dir gerendst rechelt doch auch keiner mit echt mal hm hm also ich hab'n Schwert mehr ich hab'n gar nichts mehr liegt da noch alles also hinter der Kiste ist ein Gang Ich muss gerade mal den Konten hochgehen. Hä? Ah, gerade Sache. Ja. Es regnet. So, und jetzt so. Hör! Du schluckst auf. Boah, sind wir weit gekommen. Ich sehe den Schalter überhaupt nicht. Der ist links an der Seite. Wenn ich überhaupt was sehen würde. Es fällt dir schon auf, dass da immer noch das beschissene, gammelige Skelett liegt und dass wir praktisch... Hilfe! Ah. Aua, 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 was passiert hier? Oh mein Gott, ist das ätzend auch witzig. Äh, Leute? Ja? Ich weiß nicht mal, ob das jetzt richtig war, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Och, Hauptsache hat Spaß gemacht. Sie sind viele Pflicht bin wegen in diesem Gebäude. Ich glaube, hier soll ich nicht hin. Bei dem Grunde, lass mal gucken, da ist das Camp. Da hätten wir wahrscheinlich auch außen rumgekonnt, oder? Ja, da wären wir rumgekonnt. Äh, wo müssen wir denn jetzt hin, verdammt? Jetzt port mich halt. Ja, da wären wir immer noch auf den Berg rum. TP, Erwin... TP, Erwin... Oh, uh. So ein Angebot. Ähm... Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, das Sportkommando! Wir sind eh also auf mich. Deswegen, ja. Das sind die... Du kannst auch einfach hier mit dem Kartoffeln... Wartet mal, wartet mal, ich glaube, ich sehe da hinten... Oh, ach, 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 das ist schon stark. Ich meinst du da, wo das Wasser rauskommt, oder was? Da oben liegt nicht. Oh, da ist... In Eingang. Wächter der Wüste! Oh nein. Akt redukte. Oh, ach. Aber sonst ist hier irgendwie nichts. Wow. Ich, ja, ich jetzt Schalter. Hä? Hä? Hätte da jetzt nicht irgendwie Golem drauskommen müssen? Leider fehlt ein Eisenberg, oder? Ne. Da ist ein Dispenser. Aber nix dran. Ja, da kam ein goldener Apfel raus, den hab ich. Okay. Ja, eigentlich müsste da jetzt ein Golem rauskommen. Komisch. Aua! Ja, aber springst mir auch ins Gesicht. Gar nix. Stand da nur und hab geguckt. Ich würd gern wissen, wo wir jetzt hin müssen. Ja, ich auch. Kannst du nicht irgendwie die Trolle erreichen, damit die das Buch rausdrückt? Ja, äh... Das, das, das hat der... Ach, Ewin. Hä? Der Erwin hatte das Buch. Hab ich dem Player gegeben. Ich wette mit dir, wenn der, wenn der scheiß Golem weg ist, dahinter ist ne Tür. Ja, das glaub ich auch. Aber in dem Buch von Erwin stand ja auch nur, dass, äh... Wir irgendwie die unterirdischen Katakomben erreichen müssen, um dadurch zu dem Vulkan zu kommen. Ja. Aber da waren wir ja. Ja, aber wir haben keinen Vulkan gefunden. Ja, da waren das die falschen unterirdischen Gebiete, würd' ich mal behaupten. Da ist ja gar nix. Ne. Hast du noch die Map-Rox auf? Nein. Schade. Mist, ich kann nicht mehr rennen. Doch, dein Teil ist da. Aber nix. Blonderes. Schon gut. Ist das das, wo wir schon drinnen waren? Hm. Ja. Ich geh immer unter die Brücke. Ich könnte ja eigentlich den goldenen Abflug veressen, ne? Kannst du so lassen. Schon passiert. Ich geh einfach mal hier den beleuchteten Weg an. Vielleicht passiert irgendwas. Ich hab nur Hase gefunden. Und ein Creeper. Manche das lieb? Nein, ist der nicht. Der ist bestimmt frech. Ich will mit denen. Aber, 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 aber. Gewäch von mir. Arschloch, verpestig. Ähm. Hö, Creeper. Ach, mal. Ach, mal. Ich hoffe, Creeper. Ich habe irgendwas gefunden. Ich hab noch Hase gefunden. Dies viel schöner. Ich hab einen unterirdischen Dungeon gefunden. Echt? In einer Oase. Ja, genau. Ich hab den nämlich auch gerade gesehen. Und da ist nämlich dann so ein Loch im Wasser und da... Ja, dann geht's ganz tief runter. Oh, ich bin tot. Schatz, ich bin wieder im Nirgendwo. Ich würde an deiner Stelle mal kämpfen, als sich zu beschießen lassen. Ich kann die Leute teleportieren, ich hab keine Waffen. Kämpfen. Ich hab noch zwei Erzen. Ja, aber ne Rüstung. Das ist aber verbuggter Skelett. Äh, also... Oh, ich bin tot. Es hat aber geleckt. Toi, hier steht grad'n Skelett vor mir, tut aber nix. Ja, das ist grad'n bisschen laggy. Aua, jetzt schießt es, aber ich kann nix machen. Aua. TP. Okay. Mit mir mein Kram aufgehoben. Ich nicht. Mein Kram ist weg. Ach, das ist ein Spawner, anderen. Das ist ein Spawner, bleibt oben. Ja, hat irgendjemand Fackeln? Nein. Ja, ich. Dann, dann versiegeln wir mit den Spawner. Ich hab nur noch ein Leben. Wo ist denn der Spawner? Nicht. Da oben. Ich weiß gar nicht wo ihr seid. Oh. Oh. Sehr nett. Hier. So, jetzt hab ich nur noch ein Leben und ich hab keine Rüstung, keine Waffen, nichts. Na, ich hab auch nix mehr. Ich geh einfach mal hier. Oh, Creeper. Oh, oh. Erwin, rette mich. Danke. Ja. Oh, Spawner. Ich seh' nicht seh'n. Hilfe. Ja, toll. Ich bin sofort schon wieder tot, weil ihr mich mit so nem blöden Assiskelett alleine lasst und ich nur nen Sandblock hab. Geht da mal aus der Idee. Und von hinten kommen Skelette. Oh Gott. Ja, ich hab nur noch ein halbes. Ja, ich bin schon wieder tot. Schön. Boah, ich find das zu kotz. Wir teleportieren dich jetzt gleich. Ich hab ein Ausgang gefunden. TP. Okay. Wacht. Hier sind wir ausbohren. Ich bin auch tot. Dann gehen wir erstmal nach der Abwehr, bevor wir teleportieren. Ja, das ist ganz toll. Nimm sie und weiter. Damit wir die beiden schnell teleportieren können. Ich hab schon. Gott, ich hab nur noch ein halbes Leben und hier sind Zombies. Du brauchst was zu essen. Ja. Nein. Wie sieht denn der zum... Ey! Oh mein Gott. Prozent die Doppelung wo muss ich denn da oben Kripo Bauer ihr vielleicht auch da oben ist die zerstörte Brücke aber arbeit zwei 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 so mit auf der richtigen Seite haben wir machen sich hier wieder zu leitet wenn nicht also wieder runter da das war falsch ja hier ist aber auch nichts mehr oder aber ich hatte da unten war Sand in der Kiste vielleicht könnten wir das ja benutzen damit wir hier was haben das war bestimmt so dann geh den Sand mal holen wobei ich mach immer ich war hier oben kommst du überhaupt wieder runter nein ja doch durch den Zugang in der im Wasser aber das halte ich auch für irgendwie unwahrscheinlich ich bin jetzt oben ja ich auch ich hab vom Glück bei den Sand genommen weil nicht schade die hihihihihihihihi wird der klappt p p ich hab vier Smarakter ist das gut hast du dich noch jetzt hör doch mal auf man ey mein Haus was steht denn da oben steht da willkommen in kakariko alles klar erinnert mich irgendwie an die maps von kikatsu wo wir so super kritik bekommen gesundheit das buch ja guck mal das ich denke mal dass dieses dorf das letzte vor dem vulkan ist mal schauen ob im hotel jemand weiß wie es da so aussieht ja muss ja schon hotel hotel das ist mal nicht das warum markt ja da gab es noch irgend nachher hat eine total tolle rüstung oder weiß ich gar nicht rüstung nicht hotel hier ja da dürfte das nächste buch sein ihr wollt ins hotel das hotel ist aber hier nein so ich habe mir mal das buch geholt da ist noch tnt und feuerzeuge drin so soll ich mal vorlesen ja so zum vulkan willst du da kann ich dir ein paar dinge erzählen mitchell ist mein name mir gehört die kleine goldmine hier ist hier in der stadt als junger mann war ich selbst oft beim vulkan und habe in der umgebung nach ärzen gesucht jetzt hör aber gut zu das gebiet rund um den vulkan ist extrem gefährlich die lava flüsse ändern ständig ihre richtung und wenn du nicht aufpasst landest du schnell in einem versteckten lava see aber es gibt auch viele ruinen im gebiet ein weiterer grund warum ich damals dort war in letzter zeit berichteten viele reisende auch von seltsamen gestalten die sich beim vulkan herumtreiben sie sagen dass man durch risse im gestein rumpeln und selbst seltsame gesänge hören kann wenn ich du wäre würde ich mich vom vulkan werden fernhalten ach ja hier noch ein kleines abschieds geschenk dafür dass du mir so lange so aufmerksam zugehört hast ein paar stangen dynamit benutze sie weise man weiß nie immer mein gott ob man sie nicht nicht später noch braucht das vulkan gebiet betreten sich in der umgebung umschauen und dann deinen weg ins innere des vulkan finden ich habe zu sich als mal das feuer genommen dynamit und feuer habe ich auch eins hier sprengstoff lager ja in dem letzten ding gibt es immer die die da gab es die die bomben und die bomben taschen und hier sind tränke und ist nur wasserflaschen ich habe aber die tränke da rausgeholt was so so ich habe jetzt ganz viel schwarz pulver es braucht ganz viel sand moment ich lese mal fast am ziel der vulkan liegt gleich auf der anderen seite vom gebiet ich muss nur ein weg um die lava flüsse herum finden nach den ruinen sollte ich auch besser ausschau halten vielleicht findet sich ja noch was nützliches ok ich bin fertig also hier ist der weg in die goldmine ich habe bogen was ist da bei dir da gibt es den weg nach unten zu einer verschlossenen tür 9 9 9 9 9 9 9 9 heiß war auch hier unten da ist nichts und da ist nicht ja wenn man da hingeht ist an der eisentür dynamit ja oder so warum bist du jetzt tot wo seid ihr denn reingelaufen warte ich muss erst meine sache wiederholen die frage ist wo seid ihr überhaupt wir sind hier irgendwo irgendwie irgendwann also hier ist der alte stollen und gegenüber ist ah hier gucken hier ist ein schild dran zum vulkan genau da sind wir lang gelaufen zum vulkan ok ja dann laufen wir da mal also ich könnte was gegen diese eisentür tun ich weiß noch nicht ob ich darf tnt ja warum häng ich hier den spinnweben schatz spinnweben ach so übrigens so wenn ja kleine frage eisentür nur wie wäre es mit schalter drücken ich habe nicht gesehen also wir sind jetzt nach dem nach diesem stollen da rechts lang gegangen ja ja also wir sind jetzt hier am wohl an den ganzen lavaseen genau da rechts lang kommt ihr zu dieser da ist da ist da ist so ein loch im boden und da einfach runter auf um doch 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 ein warum lässt mich eigentlich die ganzen skelette am Arsch doch nein 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 ich glaube ich glaube einfach an den vorbei und gewollt nein ich bin auch im Lava nein nein ok geht es nicht gut aber ich hoffe ich überlebe es nicht du hoffst du überlebst es nicht denn die Hoffnung wird erfüllt nein ich wollte eigentlich sagen ich hoffe ich überlebe es aber da war es schon zu spät Schatz ich bin wieder im Nirgendwo ja ich habe ein Diamantschwert gefunden einen goldenen Apfel und Potion of Strength machen wir die scheiß Tür auf Alter ich habe dich jetzt mal teleportiert aber das tut sich nichts ja ich bin doch hier ach so also hier die Leiter runter ist schon ok ich habe schon alles aus diesem jaja ihr braucht da nicht mehr runter ich habe die Sachen schon rausgeholt die rauszuholen waren ich habe ein oder ich habe sogar zwei Eimer Wasser darf man die benutzen unwahrscheinlich ich tue es einfach hier ist ein Stollen ich geh mal den Stollen entlang äh ja war ich schon boah bei mir leckt es gerade voll hier ist ein Knopf drück den Knopf ich weiß nicht was es ausgelöst hat kann mal jemand gucken kommen wenn ich den Knopf drücke was dann passiert ah ich glaube ich habe es gesehen wo ist der Knopf dann hä nein scheiße so ein Dreck warum muss doch Lava sein mein Gott ah wenn man den Knopf drückt dann geht das da auf ok und genau da wo du gestorben bist Rocksau ist auch der Knopf ne ja boah das leckt gerade voll ich kann nichts machen ich bin schon mal weiter portmüll toll ich bin ich sterb gerade wo ist der Knopf wo ist der Knopf ich habe Stick und Torches ich glaube jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus oder na toll ich bin nein nein ich will nicht sterben nein 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 löschen ja jetzt bin ich hier auf drei Platten womit mache ich jetzt damit Moment ich guck jetzt überhaupt mal und boah la ich komme nicht mehr raus oh Gott kann ich da keinen Block drauf setzen geh mal zur Seite mhm ähm wo zum Teufel muss ich jetzt lang mhm das ist das wohl nervigste Labyrinth das ich jemals ges- boah ne warum machst du denn jetzt Bretten drauf holt ihr könnt euch ruhig zu mir teleportieren wenn ihr wollt was was können wir tun meinst du so mhm zum nervigsten Labyrinth aller Zeiten mhm und noch viel nerviger wenn es zwei sind mhm T P Erwin zu Asalor also also ich finde irgendwie keinen Ausgang Sackgasse ja wenn ihr alle dieselbe Richtung lauft ne dann wird das auch nix mhm weil ich warte die ganze Zeit dass unter meinen Füßen irgendwas explodiert ich warte darauf dass irgendwie eine Klappe auf geht und ich ins nichts falle k t 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 hat irgendjemand einen Ausgang in Sicht Nein ich kenne gleich Oh nein, du hast zwar den Ausgang gefunden, aber du hast auch im Vulkan versteckt. Schalter aktivieren, wenn nicht, dann such ihn. Ich sag nicht, im Labyrinth ist noch ein Schalter. Er ist da. Doch, im Labyrinth ist ein Schalter. Bleib bitte bei der Tür stehen, Erwin. Wir suchen den Schalter und dann teleportieren wir uns einfach zu dir. Falls wir uns nicht mehr sehen, wir schreien uns dann einfach die ganze Zeit irgendwas zu. Einer ruft Penis und Erwin dann so, ja! So muss ich mal alle, wo er steht. Das ist doch nur Wolle, können wir die nicht wegmachen? Nein, doch. Kann man auch auf den Inventar zugreifen. Mit B? Nein. Nee, Alter 4. Ich will ja nur wissen, wir haben ein Inventar. B ist nicht bei mir. Alter 4. Fick dich. Oh, ich hab Türen gefunden. Hier ging was offen. Hast du einen Schalter gefunden? Nein. Dann hast du wahrscheinlich die Tür gefunden, wo wir reingekommen sind, ne? Nein. Weil ansonsten müssen wir ja dahin, wo Erwin ist. Schatz, kannst du die Musik mal ein bisschen leiser machen? Welche Musik? Ich hab den Schalter gefunden. Ab jetzt hast du 20 Minuten Zeit, den Ausgang zu finden. Soll ich den mal drücken? Ja. Danke. Ist die offen? Ja. Nein. Jetzt nicht mehr. Ich brauch Hilfe. Das ist uns klar. Ich hab da gerade zwei Eisenführungen gefunden. Dahinter trägst du so eine Mauer, die andauern auf dem Zugang an einem bestimmten Schalter, der Druckplatte. Äh, wartet. Na toll. Schatz, Vorsicht. Schatz, Vorsicht. Vielen Dank.